Guck mal, die gucken uns jetzt an. Fuck you. Hast du gehört? Ja, natürlich. Ja, er macht mit. Er macht den DJ. Mega geil, voll sympathisch, gell? Er macht einfach mit. Er macht mit. Geil. Jawohl, er macht mit. Vielen Dank an alle Gnus, die den Creator-Code Saftiges Gnu bei sich eingetragen haben. Vor zwei Tagen kam eines der aufwendigsten Videos von mir auf meinem Kanal. Da manchmal der YouTube-Algorithmus nicht so ganz will, ist dieses Video total untergegangen. Deswegen ist es für mich eine Herzensangelegenheit, falls du dieses Video nicht gesehen hast, es dir von Anfang bis Ende anzuschauen und einen Daumen nach oben dazulassen. Schreib gerne etwas in die Kommentare, denn ich finde, dieses Video hat wirklich viel mehr Aufrufe verdient. Ich danke dir. Leute, klickt das Video, es hat meine letzte Chance. Willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr alle wisst, ist der Fortnite-Bananen-Skin mein Lieblings-Skin. Vor allem in Kombination mit dem tollen Tanz Konga. Als ich und LikeMyStyle wieder eine Folge Unnützes Wissen aufgenommen haben, ist uns etwas aufgefallen. Und zwar kann man mit diesem verdammten Tanz wirklich laufen. Und zwar solange man will. Deswegen kam ich auf die bescheuerte Idee, eine der längsten Konga-Schlangen durch die komplette Fortnite-Map zu kreieren, indem ich mit LikeMyStyle zusammen durch die Fortnite-Map streife mit dem Konga-Tanz. Denn unser Ziel war es, die längste Konga-Schlange in ganz Fortnite zu kreieren. Ob sich die Gegner uns anschließen, werdet ihr in diesem Video sehen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video. Wenn es wieder heißt, Knu baut Scheiße. Und sie hat LikeMyStyle damit reingezogen. Und hat ganze vier Stunden mit ihm aufgenommen, um diese Scheiße auszuprobieren. Weißt du Bescheid? Ach ja, und... Kauf meinen Scheiß. Tanzt mit uns. Schwingt eure Hüftchen. Töt ihn, Töt ihn, Töt ihn, Töt ihn. Ja, sehr gut, Töt ihn. Dein Töt ihn, genau. Jetzt hat er wenigstens sein Homie verloren. Passi! Die nicht auffüllen. Eigentlich müssten wir auffüllen mit den anderen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müssten wir auffüllen. So, mal mit Randoms, wo wäre. Kann man versuchen, zu mal mit Randoms. Macht ihr heute Reviewen. Ja, macht mit. Er macht den DJ. Mega geil, voll sympathisch, gell. Macht einfach mit, Mann. Guck mal, wie sympathisch. Ihr habt versagt. Jetzt müsst ihr euch mal im Real Life machen mit Bananenkostüm und den Konga durch die Stadt fahren. Also, wenn ich, unlike my style, auf dieses Video 40.000 Daumen nach oben schaffen, dann werden wir ein Bananenkostüm zusammen durch die Stadt den Konga machen. Er macht mit. Geil. Jawohl, er macht's mit. Sehr gut. Und die Lulu. Guck, den regt es auf. Ja, komm, dann laufen wir schon mal in die Zone. Cool, er macht mit. Lulu, macht mit. Ist eigentlich schon fast lustig, um Randoms zu trollen. Ach, der macht sogar mit. Süß, der Virtual ist ja mega goldig. Vor allem, die beiden wissen schon, wenn sie sterben, dass es uns egal ist. Hoffentlich wissen sie das. Dö, dö, bam. Dö, 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 dö. Bam. Dö, dö, dö. Bam. Bam. Ja, geil. Ach. Ja, du Arsch, Mann. Wie assi. Oh, und da ist zwei Bananen. Der Bananen hat was gesagt. Guck mal, die gucken uns jetzt an. Fuck you. Hast du gehört? Ja, natürlich. Oh, der geht dir mal, die Waffen. Oh, guck mal, die Joppe ist sogar was. Wie sie sich drauf aufgeilen. Wir tanzen ihm hinterher. So gut. Richtig sympathisch, gell? Oh no, Bananen. Süß. Tschüss Endless, tschüss Dennis. Ihr wart richtige Homies. Warte, komm, bitte macht mit. Bitte macht mit. Ach, komm schon. Ach, Mann, warum? Wir lieben dich doch. Oh süß. Banane, bleib bei uns. Vielleicht versuchst er den zu killen, der seinen Partner gekillt hat. Oh Mann, Banane. Das ist einfach. Oh, mich auch. Hallo, 13. 13. Komm, wir gucken, ob wir Bananen finden. Ich glaube, das könnte cool sein. Ah, da war eine. Da war eine. Seid ihr jetzt endlich mal gelandet? Nee, wir sind noch so weit oben. What? Ja, er hat mir ein Mini gedroppt. Oh, dann bleib dort, ich komme. Oh nein, hoffentlich überlebe ich. Oh Gott, ich werde zu sterben. Nein, ich erschieße irgend so einen von hinten. Verpiss dich doch. Scheiß doch mal auf den Kill, du. Wird sterben. Wieso sind die alle so widerlich killgeil? Alter, verpiss dich doch, du Sch... Alter! Echt, du elendiger W... Ich bin ins Knie, du Sp... Ich hoffe, ich... Sorry, aber sowas regt mich echt auf, ein... Elendiger. Ja, scheiße. Oh, schade, ey. Bist du raus? Oh je. Oh nein. Oh, guck mal, der droppt was. Oh, guck mal. Guck mal, der macht nichts. Aber der hat unsere Banane getötet. Guck mal. Der denkt, das wäre unser Teammate. Oh, süß. Der denkt halt, das wäre unser Teammate. Ja. Oh, wie plötzlich... Nein, du... Oh, Mann. Aber egal, der hat den Tanz. Oh, Mann, der hat die Banane getötet. Das hätte was werden können, verdammt. Oh, Mann, ey. Was für ein ekelhafter Schwitzer, Alter. Oh je, das sind so viele, ne? Wir werden halt so safe sterben. Nicht so negativ denken, bitte. Nein, der Mann ist tot. Nee, ich werde doch... Oh, nein. What the fuck. Glaube, jetzt hat er es. Ja, guck mal, ihr seht dich anschaut. Süß, guck mal, ich bin auch da. Oh, ja. Er hat es verstanden. Ja. Ja. Ja, Banane. Wir wussten es. Süß. Wie geil. Komm, wir laufen. Ich will, dass er mitmacht. Ja, Mann, endlich. Halleluja. Jetzt muss auch noch sein Squad kommen. Ich hoffe, er hat Freunde. Die Frage ist, wie lange dauert es, bis wir ihm auf den Sack gehen? Ja, das frage ich mich auch. Oh, süß. Wer will das denn mit ihm spielen? Süß. Er ist für den Fall der Schwitzer, der Solo gegen Squad macht. Voll geil, dass er mit uns mit tanzt. Richtig geil, Mann. Ey, hammerhart, Leute. Endlich, 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 endlich. Warum? Warum? Was ein Spasti. Unbreak my head. Say you love me again. Und do these. Auf jeden Fall, wir haben es geschafft. Dankeschön an Likey, dass du dir hier Stunden Zeit genommen hast. Es ist ja fürchterlich. Die Leute sind ja so widerlich am Schwitzen. Das ist ja, wie geht es? Es ist schrecklich, Leute. Es wird immer schwieriger. Aber egal, wir haben es geschafft, auch wenn die Bananen uns danach getötet hat. Ja, es sei denn so. Dankeschön, Likey, für deine Mühe und deine Zeit. Immer wieder gerne. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Huf nach oben in der Beschreibung. Findet ihr Likey und wir sagen wie immer Ade mit E. Waschee. Tschüss. 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 Musik. 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 Musik.